Hallo, ich bin Daniel von Tableti und heute zeige ich euch 6 Sachen zum Sony VAIO DUO 13, die besonders gut für die Uni sind und warum dieses Convertible für die Uni besonders gut geeignet ist. Das sind 6 Sachen, die meisten davon gelten aber für alle Convertibles und Windows 8.1 Tablets. Das Sony VAIO DUO 13 ist ein schönes Convertible und das Besondere an diesem Convertible ist, es hat nicht nur ein wunderschönes Display mit einer 1080p Auflösung, es ist also besonders scharf und lässt sich gut ablesen, es ist hell und es ist auch noch ein Touchscreen, den ihr mit dem Finger bedienen könnt, aber ihr habt auch die Möglichkeit einen Stylus mit dazu zu bestellen, ich glaube der kostet 39 Euro, wenn ihr den kauft und zwar sofort beim Tablet mit dabei kauft, ihr könnt ihn aber auch später kaufen und das finde ich super. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht es, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich werde euch einige Apps zeigen, die es vor allem in der Uni deutlich leichter machen, mit einem Stylus zu arbeiten. Wir haben hier zwei Knöpfe, mit der linke ist sozusagen der rechte Mausbutton und der rechte hier, das ist der Radiergummi-Button, will ich Ihnen auch genauer zeigen und wir haben noch eine kleine Batterie hier drin, die, ja, ich glaube einmal im Jahr ausgetauscht werden sollte. So, ansonsten, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit einen ganz normalen Stylus wie vom iPad etc. zu verwenden, es macht aber deutlich weniger Spaß. Das ist hier zum Beispiel der Vario, der Bamboo Stylus von Barcom, ist ein super Teil, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, zu eurem Tablet sowas zu holen, macht es definitiv. Ansonsten, das Schöne ist, ihr könnt den Stück hier reinstecken, dann steht hier so schön und ihr habt auch noch eine schöne Tastatur hier drin mit Tastaturbeleichtung insgesamt. Der Tastenhub ist ein bisschen kleiner als bei MacBook Air zum Beispiel. Die Tastatur ist trotzdem super, fühlt sich gut an, man kann wirklich sehr gut damit schreiben und das finde ich besonders in der Uni sehr wichtig. Ihr habt aber auch noch ein Trackpad hier, das habe ich relativ selten benutzt, ich fand es auch nicht sonderlich gut und Windows 8.1 hat eben den Vorteil, dass man es mit dem Touchscreen ganz gut nutzen kann, sodass das Trackpad jetzt echt, ja... Also man kann es nutzen, wenn es mal genauer werden muss und man irgendwas genau auswählen muss, aber ansonsten, es ist doch recht klein und eher als Notbehelf gedacht. So, da kommen wir schon zu den Apps, die zum Stift gehören. Und es gibt drei, die ich vorstellen möchte, weil sie besonders cool und gut sind. Zum einen VioPaper. Ich habe das, wie ihr seht, für Operations Research benutzt. Und der große Vorteil ist, ich kann zum Beispiel ganz normal drauf schreiben, ich kann drei unterschiedliche Hintergründe mit liniertem und kariertem Papier haben und ich kann halt auch wirklich bei diesem Stift meine Hand drauflegen und so richtig gut damit mitschreiben. Und das geht zum Beispiel beim iPad überhaupt nicht. Hier wieder der linke Auswahlwarten. Ich kann das also vergrößern, verschieben, verkleinern etc. Ich kann es auch drehen. Das ist super. Und ich gehe mal an die Seite zurück und da zeige ich euch mal meine Hausaufgaben. Da seht ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier plötzlich verschieben möchte, dann kann ich das tun und kann das zum Beispiel größer machen etc. Ich mache das jetzt mal rückgängig, sonst sind sie wieder weg. So, also es ist wirklich eine super Sache. Ihr habt hier auch noch die Möglichkeit, diverse Einstellungen zu treffen. Farbe wechseln, Strichbreite, zum Radiergummi einfach diese Toste drücken, das geht auch. Und hier habt ihr noch ein paar Textverzeuge und Formwerkzeuge. Das heißt, ihr könnt auch halbwegs schöne Tabellen machen. Wirklich ein super Tool, ist beim Vario Duo 13 kostenlos dabei. Etwas einfacher gestaltet Bamboo Page. Macht auch sehr viel Spaß, vor allem weil es, wie gesagt, einfach gestaltet ist. Das heißt, man kann hier den Radiergummi auch benutzen, beziehungsweise diese Taste hier einmal gedrückt und auf den Bildschirm getippt. Dann macht es den letzten Schritt zurück. Auch super. Und ihr habt hier wirklich eine sehr schnelle Auswahl an Farben. Das heißt, wenn ihr halt schreibt, könnt ihr ganz schnell die Farben wechseln. Und das finde ich super. Man hat hier immer so eine schöne Leiste. Und hier könnt ihr halt zwischen Markern wählen und Radiergummi. Insgesamt sehr schön einfach und dadurch auch mein Top-Favorit. Nicht zuletzt OneNote. Und da habt ihr den Vorteil, dass die ganzen Notizen auch synchronisiert werden. Und zwar über SkyDrive werden diese Notizen alle synchronisiert. Das heißt, ihr habt sie auch immer dabei in der Cloud und könnt sie auch in einem anderen Rechner oder irgendwo online betrachten. Das finde ich super. Und hier habt ihr halt auch super Möglichkeiten, das Ganze schnell und einfach einzustellen. Wenn zum Beispiel ihr habt hier vier Stifte und könnt sagen, okay, mein erster Stift ist immer blau, mittlere Stärke und dann habt ihr halt eine schnelle Auswahl an vier Stiften. Das finde ich super und ihr habt noch weitere Möglichkeiten, das Ganze dann hier mit unterschiedlichem Papier zu nutzen. Also mit Hilfslinien, ohne Hilfslinien etc., damit die Schrift auch wirklich gerade ist. Also auch mein Top-Favorit. Diese hier sind wirklich die besten Stift-Apps, die ihr so ziemlich haben könnt. Und alle drei sind, soweit ich weiß, auch kostenlos. Ansonsten mit Windows 8.1 habt ihr auch die Möglichkeit, zwei Fenster nebeneinander darzustellen. Ich mache mal VioPaper auf und da seht ihr, das war ja meine Hausaufgabe. Und dazu kann ich ganz einfach mein Skript öffnen. Und da habe ich halt meine Hausaufgaben ganz normal. Links daneben kann das hier ein bisschen verkleinern, damit ich mehr Platz zum Mitschreiben habe. Und da kann ich halt ganz gut sehen, okay, da sind die Vorgaben. Kann ich hier reinzoomen, kann hier ganz normal meine PDF-App nutzen. Welche das ist, werde ich euch gleich sagen. Und kann hier rechts halt ganz normal was dazu schreiben. Und kann da also meine Hausaufgaben ganz bequem machen, ohne dass ich die ganze Zeit hin und her zwischen Apps wechseln muss. Sehr praktisches Feature von Windows 8.1, also nicht nur auf dem BioDuo 13 zu finden, sondern auch auf anderen Tablets. Apropos PDF-App. Ihr habt hier die Reader-App. Die finde ich wirklich gut. Ist aber relativ einfach, kostenlos erhältlich. Ist, wie gesagt, recht einfach gehalten. Ihr könnt hier, soweit ich weiß, nicht irgendwie mit dem Stift mal... Ja, doch, könnt ihr. Habe ich, wie gesagt, nicht groß ausprobiert. Aber ihr habt halt nicht wirklich die große Einstellungsmöglichkeit mit Kommentaren etc. Ihr könnt halt reinmalen. Und das war es eigentlich auch schon. Ansonsten, den Adobe Reader kann ich auch empfehlen, falls ihr zum Beispiel zwei PDFs gleichzeitig darstellen wollt. Macht hier rechts den Adobe Reader und links den normalen Microsoft Reader. Und dann habt ihr halt zwei PDFs gleichzeitig angezeigt. Und das funktioniert soweit auch wirklich gut. Da könnt ihr es nochmal sehen. Klappt wunderbar. Beide auch kostenlos im Windows Store erhältlich. Braucht also kein Geld auszugeben. Nummer 5 ist Office, beziehungsweise der Desktop-Modus. Wir wechseln mal ganz kurz da rein. Und damit ihr den mal seht. Wir können den Desktop-Modus wieder im Splitscreen darstellen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, schiebt ihr das einfach zur Seite. Und habt wirklich einen richtigen Desktop-Computer mit ordentlich Leistung. Denn wir haben hier einen schnellen Intel Core i5 Prozessor drin. Wir können auch noch einen schnelleren Prozessor haben, je nach Konfiguration. Und könnt hier ganz normal das ausführen, was man so von einem Rechner gewohnt ist. Also ob es jetzt Excel ist, ob es jetzt PowerPoint ist. Ihr seht, es wird auch alles super schnell geladen. Ihr könnt es sofort loslegen. Und durch die Tastatur habt ihr halt auch wirklich die Möglichkeit, schnell zu tippen und auch wirklich gut zu tippen. Ihr könnt also auch Spotify nutzen. Ihr habt einen richtigen Chrome-Browser. Ihr habt also wirklich einen richtigen Rechner dabei. Und was für die Uni ich zum Beispiel jetzt in Softwaretechnik benutzt habe, ist Asta. Das ist ein Modellierungsprogramm für Informatik. Funktioniert auch super. Also es ist wirklich ein richtiger Rechner. Und ihr könnt also auch eure CAD-Software und sonst was damit verwenden. Und das ist klasse. Das geht mit einem iPad oder sowas nicht. So, Nummer 6. Und das ist wirklich Wario Duo 13 spezifisch. Das ist die Akkulaufzeit. Mit diesem Convertible bin ich etwa 7 bis 8 Stunden in der Uni gewesen. Und es war kein Problem, das Ding wirklich die ganze Zeit laufen zu lassen. Auf mittlerer Displayhelligkeit. Also nicht, dass ich geblendet wurde, sondern so, dass es angenehm zu arbeiten war. Mitschreiben. Nein, meine PDF-Anzeigen lassen. Und das Gerät hält einen Unitag, auch einen langen Unitag, wirklich sehr gut durch. Teilweise bin ich sogar zwei Tage damit in die Uni gegangen. Und das finde ich wirklich klasse, dadurch, dass es so portable ist. Es hat eine Tastatur, es ist ein Rechner, es ist mein Mitschreibblock, es ist alles in einem. Und das finde ich richtig gut. Ja, das waren die sechs Punkte zum Wario Duo 13. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir natürlich einen Daumen hoch und abonniert den Channel, um weitere Uni-Videos zu Tablets, Smartphones und natürlich auch Convertibles nicht zu verpassen. Vielleicht habt ihr noch einen super Tipp für eine App, die ich hier nicht erwähnt habe, die den Stift vielleicht besonders gut integriert oder andere Sachen. Das würde mich echt interessieren. Ansonsten, das waren die Top 6 Features für die Uni vom Sony Wario Duo 13. Ich bin Daniel von Tablet.de. Vielen Dank fürs Zusehen.